Hallo, hier ist der Robin von Sportkodex und in unserem heutigen Trainingsimpulse Video geht es um deine Gesäßmuskulatur. Es gibt mittlerweile sogar schon den Begriff Gluteusamnesie. Das bedeutet so viel, dass viele Leute überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, ihre Po-Muskulatur anzuspannen. Leute, einer eurer größten und stärksten Muskeln im Körper ist die Po-Muskulatur. Heutzutage aber leider meistens nur noch groß. Warum du deine Po-Muskulatur des Weiteren nicht anspannen kannst, ob das jetzt aufgrund des vielen Sitzen ist oder vielleicht sogar eine Verletzung, die du hattest oder eine Fehlstellung oder was auch immer, mal ganz egal, hier ist eine Übung, wie du deine Po-Muskulatur wieder ansteuern kannst. Und dazu ist es ganz einfach, du legst sie in die Rückenlage und versuchst einfach nun mal für fünf oder zehn Sekunden deine Po-Muskulatur so fest wie möglich anzuspannen. Beide Po-Bangen gleich stark. Zehn Sekunden halten, locker lassen. Anspannen. Feste Po-Muskulatur. Und ich spreche von Po-Muskulatur. Weder Bauch noch Oberschenkel. Versuch mal wirklich ausschließlich deine Po-Muskulatur anzuspannen. Vielleicht spürst du sogar, dass du die eine Po-Backe mehr anspannen kannst wie die andere. Dann leidest du schon unter dieser Gluteosamnesie. Also, versuch einfach mal diese Übung zu machen. Mehrmals am Tag, mehrmals die Woche, so oft du willst. Auf alle Fälle viel Spaß bei der Po-Muskulatur-Übung. puedan jetzt auch wieder überlegen. Du hast du mit mir gesehen. Wir haben heute Abend. Ich bin mal richtig glücklich. Vielen Dank.